Eingewickelt in meine dicke Bettdecke lag ich eingekuschelt in Jadens Armen. Feuchte Strähnen klebten mir an den Schläfen. Darf ich dich mal was fragen? Ja klar, sagte er. Ich richtete mich etwas auf, um ihn anzusehen. Er streichelte mir sanft die Haare zur Seite. Meine innere Lust flackerte auf Neues auf. Doch körperlich war ich so erschöpft, dass ich ein weiteres Mal nicht verkraften würde. Hast du schon öfter? Flüsterte ich schüchtern. Hoffentlich wusste er, was ich meinte. Er sehr kurz zur Seite. Natürlich war dies eine sehr intime Frage. Doch dann zögerte Jadens nicht lange und antwortete. Nein, noch nicht oft. Um genau zu sein, nur einmal bisher. Beziehungsweise mit dir zweimal. Auf die Antwort war ich nicht gefasst gewesen. Mein Herz tanzte vor Freude Samba. Mit nur einer Frau hatte ich nicht gerechnet. Ein weltberühmter Rockstar und dann erst zwei Frauen verführt? Ich schmunzelte. Ein weiteres Lachen verkniff ich mir. Schließlich hatte ich auch bis dahin nur mit ihm geschlafen. Nicht weltberühmt, das kommt noch. Er hob Wahn in den Finger. Und ja, nur eine vor dir. Damals war es auch mehr ein Ausprobieren. Es war mit Ben Schwester im Probenraum. Ich war gerade 17 und wir entdeckten den Alkohol. Seitdem rühre ich das Zeug nur noch unter Protest und in Maßen an. Wir wollten beide wissen, wie es so ist und probierten es einfach aus. Natürlich haben wir verhütet, so wie wir auch. Aber dennoch denke ich im Nachhinein, dass ich besser auf dich hätte warten sollen. Ich hätte auf die richtige Liebe warten sollen, als auf die Neugierde zu hören. Ich drückte ihm einen Kuss auf und legte mich wieder in seine Arme. Für mich war es die perfekte Antwort. Es fühlte sich so schön an, dass er ehrlich zu mir war. Mein Blick blieb am Wecker hängen und ich fuhr hoch. Es war schon halb sechs. Meine Eltern würden gleich auf der Matte stehen. Sie kamen immer zwischen halb sechs und sechs nach Hause. Ich sprang aus dem Bett und warf Jaden seine Klamotten zu. Zieh dich bitte schnell an, meine Eltern kommen jeden Moment nach Hause. Seine Augen weiteten sich. Dann sprang er ebenfalls aus dem Bett und fing an, sich anzuziehen. Schnell begann ich, das Bett noch ein wenig glatt zu machen. Da hörte ich schon ein Auto die Hoferfahrt herauffahren. Da sind sie schon, flüsterte ich. Mein Herz raste. Hektisch ging ich mit den Fingern durch die Haare. Wie sehe ich aus? Er streichelte mir über den Kopf. Wunderschön, wie immer. Sehr unschuldig, lächelte er nervös. Auch ihm war nicht mehr sehr wohl zumute. Besonders nicht, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass mein Vater mich nicht wirklich mochte. Wie würden sie nur reagieren? Hand in Hand gingen wir die Treppe hinunter. Ich kam mir vor wie ein Schuldiger, der seinem Henker präsentiert wurde. Gerade unten angekommen, kamen meine Eltern schon zur Haustür rein. Hallo Mom, Dad. Die Worte brannten im Hals. Zwar wussten meine Eltern, dass ich ihnen heute meinen Freund vorstellen würde, doch solch eine Situation war für uns alle neu. Ich erdrückte beinahe Jadens Hand. Hallo Schatz, sagte meine Mom verhalten. Sie wagte einen kurzen Blick auf uns. Hallo, sagte mein Vater, der mit prüfendem Blick Jaden von oben bis unten begutachtete. Guten Abend, Mr. und Mrs. Manu. Ich wollte mich vorstellen. Jaden Stanley ist mein Name. Er ging zu meinen Eltern rüber und gab zuerst meiner Mom, dann meinem Dad die Hand. Freut uns, Jaden. Freut uns, Jaden. Amy hat mir schon angerufen und alles berichtet. Du spielst also in der Band, die sie so toll findet? Jaden nickte. Ein warmes Lächeln kam mir über Moms Lippen. Meine Anspannung löste sich ein wenig. Wollen wir zusammen zu Abend essen? Dann können wir uns ja noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie sah hinüber zu meinem Dad. Dieser nickte nur. Ich sah Jaden an und atmete erleichtert aus. Auch ihm war die noch anhaltende Anspannung anzusehen. Seine Lippen waren zu einer schmalen Linie gepresst und seine Haltung stocksteif. Ein berühmter Star, der vor tausend vor Fans ohne Lampenfieber seine Show abzog und jetzt so. Ich lächelte ihn an. Er erwiderte es kurz. Dann gingen auch wir rüber in die Küche. Zum Glück war unsere Küche groß genug, dass es auf eine Person mehr oder weniger nicht ankam. Jaden und ich deckten den Tisch, während meine Mutter einen Salat zubereitete. Mein Dad saß am Kopfende und vergrub sich wie immer in seine Zeitung. Wir begannen zu essen. Meiner Mutter war es anzusehen. Trotz ihres strengen Auftretens war ihr Gesichtsausdruck glücklich und zufrieden. Mein Dad hingegen saß schweigend da und aß. Ich wusste nicht genau, wann ich es ihnen sagen sollte, dass ich vorhatte, mit Jaden mitzugehen. Jadens Hand, die unterm Tisch auf meinem Knie lag, schenkte mir ein wenig Halt. Ich beschloss es einfach anzusprechen. Ach, was ich euch noch sagen wollte, ich werde für ein paar Tage mit Jaden mitgehen. Mein Dad legte seine Gabel hin und sah zu uns herüber. Sein Ausdruck änderte sich nicht und doch waren seine Worte deutlich. Isabel, du wirst nicht mit einer Rockband auf Tour gehen. Das ist viel zu gefährlich. Jetzt legte ich ebenfalls meine Gabel hin. Mir war Unwohl zumute, denn ich hätte selten den Mut, meinen Vater zu widersprechen. Ich schluckte meine Angst herunter. Sie landete hart im Magen. Die Schmerzen verdrängte ich und antwortete Oh doch, Dad. Ich bin kein Kind mehr und außerdem gibt es da genug Leute, die aufpassen. Die haben sogar Nein. Und das ist mein letztes Wort, fuhr er mir dazwischen. Der Gesichtsausdruck weiter unverändert, war seine Tonlage deutlich lauter geworden. Ohne weiter zu essen, nahm Dad die Zeitung von dem Stuhl und blätterte unwillkürlich darin rum. Wie konnte mein Dad nur so unfair sein? Und das dazu noch vor Jaden? Es kribbelte mir den Fingern. Am liebsten hätte ich jetzt meinen Teller genommen und ihn quer durch die Küche geworfen. Ein innerer Kampf tat sich in mir auf. Sollte ich seine Antwort jetzt akzeptieren oder tatsächlich aufs Ganze gehen? Ein schneller Blick zu Jaden und ich wusste, dass ich mit ihm mitwollte. Wie bei einem Vulkan spudelten die nächsten Worte aus mir heraus. Doch, ich werde mit Jaden auf Tour gehen. Und das ist mein letztes Wort. Ich bin volljährig. Von mir selbst erstaunt, wie deutlich die Worte aus meinem Mund kamen, wartete ich auf eine Reaktion. Diese folgte auf dem Fuße. Mit einem Knall landete die Zeitung auf dem Tisch. Dann stand Dad auf und ging nach oben. Meine Mom zog angestrengt die Augenbrauen zusammen. Ob sie wohl wusste, was mein Dad vorhatte? Eine längere Zeit kam er nicht wieder herunter. Dann wandte ich meine Mom an mich. Schätzchen, du weißt, dass es nur gut gemeint ist. Er hat Angst um dich. Sorge lag auch in ihrer Stimme. Ach Mom, Dad mag mich doch sowieso nicht, weil ich einfach nicht in sein Leben hineinpasse. Nur weil ich nicht so geworden bin, wie er es gerne hätte. Es war ausgesprochen. Endlich. Eine Mischung aus Erleichterung und Unsicherheit machte sich in mir breit. Das ist nicht wahr, Isi, protestierte meine Mom und schüttelte den Kopf. Es wird ihr wirklich gut gehen bei uns, Mrs. Manu, schaltete Jaden sich ein. Von einem Bandkollegen ist die Freundin ebenfalls schon seit ein paar Jahren mit uns auf Tour. Jaden, Isi sollte erst einmal eine Ausbildung machen und das wahre Leben kennenlernen. Auch wenn du genug Geld hast, um sie auszuhalten, soll sie für ihren Luxus arbeiten gehen. Mein Mund blieb offen stehen. Meinte meine Mom jetzt etwa, dass ich mit Jaden wegen dem Geld und dem Luxus mitging? Dann setzte Jaden sich wieder für mich ein. Isi wollte doch sowieso ein Jahr um die Welt reisen. Das haben sie ihr doch erlaubt. Jetzt wird sie sogar in Begleitung sein und die Welt sehen. Danach macht sie selbstverständlich eine Ausbildung und arbeitet. Meine Mutter sagte nichts. Die hatten wir so gut wie überzeugt. Und Jaden hatte ja auch recht. Ich wollte eine Ausbildung machen und arbeiten gehen. Ich wusste aber sowieso noch nicht als was. Dann poltete etwas die Treppe herunter. Wir standen alle auf und gingen hinüber in den Flur. Mein Dad stellte einen großen Koffer am Fuß der Treppe ab. So, du kannst gehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Verhunzt dein Leben nur. Seine Stimme wirkte dünn und doch ernst. Mein Blick war auf den großen Koffer gerichtet. Erst einen Moment später wusste ich, was Dad meinte. Du schmeißt mich raus. Die Worte halten in der Luft nach. Meine Beine wurden weich. Jaden legte einen Arm um mich. Du bist volljährig. Du kannst dir deine eigene Wohnung mit deinem Rockstar nehmen. Geld genug hat er ja. Wütend mit den Händen fuchteln stand der da. Tränen schossen mir in die Augen. Mein eigener Vater setzte mich vor die Tür. Aiden, lass uns doch bitte... Nein, Brie! Fauchte er meinem Mom an. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Genug ist genug, sprach er weiter. Sie soll selbst erfahren, wie es ist, wenn man sich selbst versorgen muss. Und jetzt raus! Er zeigte mit dem Finger zur Tür. Ich schluckte die Tränen runter und zog Jaden mit mir zur Tür. So höflich er war, nahm er unsere Koffer. Seine Tasche stand sowieso noch im Flur. Das war sehr praktisch. Dann gingen wir ohne ein Wort aus der Tür. Wie, als würde ich mich selbst beobachten, kam mir alles so unrealistisch vor. Nachdem wir ein Stück die dunkle Straße entlang liefen, blieb ich stehen und drehte mich zu Jaden um. Die Tränen strömten mir übers Gesicht. Jaden ließ die Koffer sinken und nahm mich in den Armen. Ein Schluchzen kam aus meiner Brust. So sauer war mein Dad noch nie. Schhh! Versuchte Jaden mich zu beruhigen und streichelte mir den Rücken. Aber was machen wir denn jetzt? brachte ich zwischen den Tränen und einem lauten Schluchzen hervor. Er hielt mich noch immer fest im Arm. Ich rufe beim Flughafen an und dann fliegen wir zu mir, okay? Jaden ging ein wenig zurück. Sanft wischte er mit seinen Fingern meine Tränen weg. Ich war froh, dass Jaden im Moment bei mir war. Mit mir im Arm rief er über sein Handy den Flughafen an und buchte zwei Tickets. Wir hatten Glück. In knapp einer Stunde startete die nächste Maschine nach Los Angeles. Dort war die Band schon für den nächsten Auftritt vor Ort. Als nächstes rief Jaden ein Taxi und wir fuhren zum Flughafen. Die ganze Zeit schwangen die Worte meines Dads in meinem Kopf hin und her. Ich fühlte mich hilflos und alleingelassen. Obwohl Jaden bei mir war, fühlte ich mich in diesem Augenblick an keinem Ort mehr zu Hause. Am Flughafen angekommen, setzte Jaden ein Käppi und eine Sonnenbrille auf. Zu allerletzt band er sich noch einen Schal um und vermummte sich mehr oder weniger. Warum? Ach so. Während ich fragte, wusste ich genau, dass er es wegen den Fans machte. Ein Lächeln tauchte unter seiner Maske auf. Ich erwiderte es. Zwar konnte Jaden mein Herz nicht wieder flicken, doch half es meiner Seele sehr, ihn bei mir zu wissen. Dann nahm Jaden unsere Koffer und wir gingen direkt zum Check-in. Dieser ließ allerdings erst in zehn Minuten die Leute ins Flugzeug. Wir warteten ungeduldig. Jaden drehte sich zu mir, nahm mich in den Arm und lenkte bewusst seinen Blick von den Leuten aus der Halle weg. Ich tauchte ein in seinen Blick aus Begierde und Sicherheit. Nur am Rand bekam ich mit, dass einige Leute um uns herum anfingen zu tuscheln. Die zehn Minuten waren um. Endlich ließen sie uns ins Flugzeug. Gerade wollten wir in den Check-in. Da kam ein Mädchen auf uns zu. Sie war vielleicht zehn Jahre alt. Entschuldigen Sie bitte, sagte sie freundlich. Sind Sie Jaden? Jaden sah mich an. Ich lächelte die Kleine an. Sie war so süß und nett. Jetzt lächelte auch Jaden. Ja, bin ich. Er ging auf die Knie, um der Kleine in die Augen zu schauen. Kann ich ein Autogramm haben? Es ist für meine Mom. Sie traut sich nicht, dich anzusprechen. Dann zog Jaden eine Karte aus seiner Jackentasche und gab sie der Kleinen. Danke, sagte die Kleine mit strahlenden Augen. Viele Köpfe fuhren hoch. Das Tuscheln der Masse wurde lauter. Jaden drehte mich in Richtung Check-in und gab unsere Koffer auf. Kurz darauf gingen wir ins Flugzeug. Im Hintergrund hörte ich plötzlich viele weibliche Stimmen Jadens Namen rufen. Meine erste Konfrontation mit dem Leben eines Stars hatte mich wenigstens für einen Moment von meinen eigenen Sorgen ferngehalten. Ich lächelte in mich hinein, in der Hoffnung, dass Jaden und ich zusammen stark waren. Ich hielt mein Ticket in der Hand. Eine Stordess lotste uns in den linken Gang des Flugzeuges. Im Eingangsbereich hing ein Schild First Class. Erste Klasse? Bist du verrückt? Das ist doch bestimmt total teuer! Da flüsterte ich Jaden zu und suchte nur unter Protest meinen Platz auf. Easy, ich will ja nicht prahlen, aber dafür habe ich noch ein bisschen Geld über. Ich habe nie viel von dem Geld ausgegeben, was ich verdient habe. Es wird Zeit. Er grinste mich an. Immer wieder vergar sich, dass Geld bei ihm keine Rolle spielte. Er kam für mich so unglaublich normal rüber. Trotzdem hatte das Ganze für mich einen bitteren Nachgeschmack. Schließlich war es genau das, was mein Dad meinte, dass Jaden alles für mich bezahlen sollte. Und außerdem, sprach er weiter, sind wir hier etwas unter uns und werden nicht andauernd angesprochen. Glaub mir, ich habe das mehrmals mitgemacht. Achso, ja, gut, das kann ich verstehen. Gerade das Gekreische am Flughafen, als wir eingestiegen sind, ist das immer so? Er nickte nur und sagte nichts. Der Flug verging erstaunlich schnell. Als wir ankamen, war es bereits dunkel. Jaden vermummte sich wieder, sodass wir so gut wie unbemerkt ein Taxi nehmen konnten. Auf der Fahrt wurde ich schnell müde. Die ganze Aufregung machte sich jetzt deutlich bemerkbar. Jaden drückte mich fest an sich ran und küsste mein Haar.